Es gab eine von ESPN in den Vereinigten Staaten, die beste Webseite für Fußball, für Soccer, wie sie in USA sagen, gab es jetzt einen Bericht gestern, die Top 39 beste Spieler unter 21 in der Welt. Und davon war Karim Adeyemi einer davon und Jude Bellingham war an erster Stelle. Also mit Jude Bellingham hat Borussia Dortmund wirklich ein absolutes Juwel. Und ich freue mich auch sehr für Jude, weil er ist einfach ein bodenständiger und geradliniger Typ und gefällt mir, wie er seinem Metier nachgeht. Und ich glaube, dass auch du, du wurdest immer sehr geschätzt in Dortmund, weil auch du sehr bodenständig gewirkt hast und auch deine Arbeit, deine Leistung gemacht hast für Schwarz-Gelb. Und das wird auch nach wie vor sehr geschätzt in Dortmund. Ja, das ist einfach so, das ist eigentlich relativ einfach. Also nicht einfach, aber wenn die Dortmund-Fans das Gefühl haben, unten auf dem Rasen, du versuchst alles, du gibst alles, weißt du, auch für Schwarz-Gelb, dann verzeihen sie dir auch, wenn du Fehler machst. Aber sie wollen nur merken, dass du es versuchst und diesen unbedingten Willen zeigst. Und ich glaube, das ist auch nicht zu viel verlangt von jedem Spieler. Und ich glaube, das ist auch nicht zu viel verlangt von jedem Spieler.